Willkommen zurück zu Hyrule Warriors, ich möchte euch nichts vorhalten. Die Amiibo Geschenke für den Tag habe ich schon erhalten. Etwa 500.000 Rubine und ein neuer Feuerstab für Link. Ja, ich habe schon versucht, die Schlacht von Eldin, die schwarze Zauberin von Dunkelheit beherrscht. Ich bin gestorben. Also, ja, mehr oder weniger. Ich hatte keine Chance. Ich war unterlevelt, ganz ehrlich. Mit Level 5? Es wäre gegangen. Man hätte es schaffen können, wenn man sich wirklich hineingesteigert hätte. Jetzt bin ich Level 18 und erhoffe mir mehr Chancen. Story. Die Gesundheit, die sie herzlichen Herz haben, hat Sia öffnet das Gate von Seelen. Summoning vast hordes of monsters to Hyrule. Ganondorf's spirit counseled that her attack must be swift and devastating if she was to be victorious. However, controlling an army would require a commander. And Sia realized she would need a powerful warrior to serve as her general. The perfect candidate came readily to mind. The Dragon Knight of the Eldin Caves. If he could be made to serve, such a creature would easily be able to command her minions' obedience. Sia wasted no time. She immediately set off for the Eldin Caves in search of her new champion. Ja, die Story wirkt ein bisschen aufgezwungen. Noch ein bisschen random, aber gut. Das Schlachtfeld ist wenig Monster Horden. Das muss ich direkt mal sagen. Aber Leute, lasst euch dafür und nicht beeindrucken. Es sind wenig, aber... Oh Gott. Man muss wirklich auffassen. Alles, was man hier macht, muss geplant sein. Vulkan von Eldin. Legen wir los. Außerdem ist Sia überhaupt nicht mein Charakter. So, wie sieht's aus? Habe ich jetzt mehr Chancen? Mit Level 18. Eigentlich müsste ich ja. So, 50 Gironen schon getötet. Ah jo, die Gironen sind ja jetzt unsere Feinde. Ähm. Zack. Direkt mal hier das hier rein spammen. 39 Kills. Nehme ich hin. War eigentlich recht gut. So, direkt mal in den Vorposten. Auch mal ein Kill. Den will hier niemand sehen. Okay. So, es sind einfach so viele auf einem Haufen. Es ist unglaublich. Alle weg. Ja. Und jetzt heißt's Festungen suchen nach Ring. Ich will da oben auch noch den Vorposten. Weg mit dir. Dankeschön. Für das wunderbare Material. Real. Ja, hier geht auch noch drauf. Also, wirklich jeder große Typ muss sterben. Direkt. Weil die können alle unser Voranschreiten verhindern. Und zwar wirklich. Äh. Da, 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 da. Für meinen Geschmack bin ich sogar jetzt immer noch ein bisschen unterlevelt. So, wir gucken hier rein. Over das Lager. Gut. Werde ich machen. Die. Ja. Die brauchen immer noch ewig. Die Geronen hier. Also, die müssen wirklich ein bisschen schneller drauf gehen. Das wär's. Das wär's. Eieieiei. Du. Das sieht nicht gut aus wieder. Das sieht wieder wirklich nicht gut aus. Zack. Muss einfach spammen. Wie es geht. Ja. Umsonst erobert das Lager. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht. Warte jetzt noch Silbermaterial. Auf jeden Fall. Eine Festung steht ja noch offen. Und so gesehen muss ja dort der... Der Ring sein. Den wir suchen, um Viroma zu erwecken. So gesehen, wir sind Wächterin der Zeit. Also, so gesehen, ne. Wir müssten das ja wissen. Wo der Ring ist. Naja. Na gut. Alles darf man natürlich auch nicht wissen. Auch wenn man jetzt hier Anführer von irgendwas ist. So. Aber so gesehen wissen. Gott. Könnte man ganz einfach sagen. So. Weg mit euch. Jetzt kann ich nämlich da oben. Mich einfach in die Festung reinstellen. Und mein... Ah. Special Spam. What gate? Kommt mal alle her. Ah. Ich dresch fast gar keinen. 23 ist gar nichts. Ne. Aber die Kills, die hättest du dir auch sparen können. Weg mit euch. Weg mit euch. So. Aber ich erober auf jeden Fall schon ein bisschen schneller alles. Meins. Die SP-Folder sollte man eigentlich sich immer aufheben hier. Sollte man immer einen auf Lager haben. Und dann in so eine richtige Masse rein spammen, wo man... Wenn man Probleme bekommt. So. Die Tore zur Kristallhöhle sind offen. Das bedeutet hier längs. Und bevor ich mir jetzt den Ring vom Tyroma hole, renne ich hier wieder runter. Habe ich auch schon beim ersten Mal gemacht. Zack. Erstmal hier wieder rein spammen. Die A-Special. 44 Kills nehme ich dankend an. Und runter. Jetzt sieht auf der Map einfach alles so viel Rot aus. Da der eine kleine Punkt. Aber es sind gar nicht so viele. Meine Festung. Und mein Material. Und jetzt hätte ich hier noch gerne das Gras zerschlagen. Da gibt es ja auch ein Achievement irgendwann mal. Wenn man eine bestimmte Anzahl an Gras zerschlagen hat. Habe ich mir letztens angesehen. Und jetzt können wir ja Pyroma erwecken. Und das wird dann auch so gleich unser Hauptquartier. Ich fühle mich in der Dunkelheit. Der Ring muss ja irgendwo sein. Zeig dich. Ja, das wird unser Hauptquartier. Und dann kriegen wir ein Problem. Bis hierhin ist es wirklich easier. Kann man es auch mit Devil 1 schaffen. Aber ab hier... Nee. Ab hier geht wirklich nichts mehr. Hier muss man jetzt wirklich taktisch kämpfen. Unser Hauptquartier darf nicht fallen. Äh, ihr habt mich erweckt. Was ist euer Wunsch? Äh, etwas wie dich könnte ich gebrauchen. Äh, diene mir als Befehlshaber meiner Monsterarmee. Monster-Feeling? Haha, das könnte mir gefallen. Ich zeige euch meine Macht. Ja. Und jetzt Niederlagen haben sich geändert. Und zwar darf, ähm... Pyroma darf nicht fliehen. Und das Hauptquartier darf nicht fallen. Ja. Ich will auch den Drachen nennen, der in der Höhle ist. Aber der Weg ist versperrt. Haha, hier ist ein Verständnis. Dieses Hindernis für euch überwinden. Also geht jetzt das hier auf. Ja. Sehr cool. Stand ich direkt richtig. Ja, und jetzt heißt es nach hier unten. Wo ist er? Hier ist Volga. Und jetzt einfach volle Kanne auf ihn. Ist jetzt das Wichtige. Und ich hoffe, dass ich ihn vielleicht ein paar Mal sein Special-Ding abziehen kann. Wow. Krass. Ja. Jetzt verstehe ich Drache. Wow. Und ich habe es natürlich wieder nicht geschafft. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es unmöglich, da zu schaffen. Also ich kriege es nicht hin. Ich muss ihn irgendwie so abziehen. Und sobald der jetzt hier flieht, Leute. Sobald der hier flieht. Weil ich glaube, der wird fliehen. Ich glaube, das ist so vorbestimmt. Ja. Jetzt flieht er dann. Ich will ihn nicht aus den Augen verlieren. Ich will ihn nicht aus den Augen verlieren. Der hat nämlich jetzt hier Nachschub bekommen, wie man hier sieht. Und alter. Guckt mal auf die Map. Das wäre natürlich cool, wenn wir den jetzt auf unsere Seite bekommen könnten. Direkt. Aber ich glaube, der flieht. Ich hoffe. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich ihn töten kann. Aber jetzt. Okay. Ich weiß nicht. Ist er jetzt weg? Ich glaube, er ist weg. Ja. Scheiße. Nicht gut. Nicht gut. Egal, wie viele Monster schickst die Drachen. Wir haben sie besiegen. Was? Ja. Ganz schön. Für eine Echse irgendwie. Bla. Hier frisst. Scheiße. Warte mal. Sind die jetzt gestärkt? Ach, bitte nicht. Das ist das Schlimmste. Sobald irgendeine Gruppe gestärkt ist. Die Moral. Von denen gehoben. Aber es sieht nicht so aus. Weil dann ist es so gesehen verloren. Man muss wirklich aufpassen. Und ich muss auch so schnell wie möglich ein paar mehr Hauptquartiere erobern jetzt. Davon hängt es jetzt ab. So. Der wäre down. Droppt hier eine neue Weapon. Und jetzt volle Magie. Und jetzt muss ich direkt mal hier ein Hauptquartier erobern. Ich habe nichts anderes. Ah, fuck ey. Geht weg. Hier rein. Und ja. Bam. Das war gut. Da drüben ist der Festungskommand. Dann. Da. Und meine Festung. So. Jetzt hat der schon mal weniger Truppen. Das ist natürlich sehr, sehr... Warte mal. Ich habe da einen gelben Grupp gesehen. Wie gesagt. SP immer voll. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich würde mich gerne da irgendwo hinstellen und beide mit mir in den Tod reißen. Geht das? Ich glaube, ich habe ihn mit mir in den Tod gerissen. Ja, aber nicht viele. Wenn die nämlich hier so weitermachen. Weiterhin so viele Monster. Ja, und jetzt kommen auch noch die Geronen dazu. Man hat nämlich jetzt hier zwei Seiten, gegen die man kämpft. Ja, und der Geronenaufmann, der schickt natürlich jetzt eine Krabbelmine los. Wie man die Geronen kennt. Und die will unser Hauptquartier auslöschen. Und wenn das geschieht, ist verloren. Und ich habe hier übelste Probleme, mich zu orientieren. Hier geht es, glaube ich, zur Krabbelmine. Wir müssen die so schnell wie möglich zerstören. So. Einfach reinhauen. Und weg. Kriegen wir noch eine Festung? Ja, hier der Vorposten, den würde ich gerne erobern. Zack, erst mal magische Energie hier, ja. Weil hier ist jetzt wirklich das Beste für die magische Energie. Guckt euch an, wie viele Leute hier sind. Oh, come on, man. Ja, gut, reicht. Ist okay. Ich dürfte einige wegsmashen. Ja, habe ich auch. Oh Gott, nicht schon wieder so einer. Ja, kommt zu zweit auf mich. Ist fair. Ist okay. Man, 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 man. So. Weg mit euch. Hier sind so viele. Und in meinem Hauptquartier sind, glaube ich, auch schon wieder welche. Glaube ich sehe das gerade richtig. Dass da auch welche gammeln. Will mir nicht gefallen. Guckt euch das an. Ich muss in mein Hauptquartier, glaube ich. So, aber den töte ich noch, den Großen. So. Komm. Material. Silbermaterial ist das, glaube ich, was der droppt. Sehr gut, mein Hauptquartier hat was alleine geschafft. Oh, fuck. Ja, ich habe einen Geronenhauptmann besiegt. Gut. Der wäre weg. Den sehen wir so schnell nicht mehr. Auf die Krabbelmine. Natürlich. Mein Hauptquartier ist in Sicherheit. Von unten rückt jetzt auch noch. Wow. Mensch. Äh, 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 in welche Richtung? Hier lenkt. Ja, warte mal. So. Äh, in die Richtung muss ich. Ja, hier war auch noch eine Krabbelmine. Und ich würde sagen, ich hole mir auch mal hier die Geronen. Die ist nicht weg. Weg mit euch. Warte, wo ist die Krabbelmine hin? Ja, die gehen natürlich jetzt alle mit der Krabbelmine mit. Come on. Ich weiß nicht, was geschieht, wenn die in der Dinge ankommt. Aber gut dürfte es nicht sein. Wo bist du? Hier ist sie. Ich mache die jetzt mal so platt. Come on. Yes. Sehr, sehr nice. Und natürlich hier richtig viele. Boah, kriegen wir die 100 Kills zusammen? Schade. Schade, schade. Wäre natürlich sehr geil gewesen. Letzte Krabbelmine. Wo? Wo habt ihr noch eine? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich dran erinnern, dass ich sie schon besiegt habe. Gut, dass aber Wolgars Truppen gerade eingedämpft sind. Beeindruckend. Mir wird alleine vom Zusehen ganz anders. So, den würde ich noch gerne töten. So, sehr schön. Rohnhauptmann gekillt. Genug für heute. Da ist noch eine Krabbelmine. Und die marschieren natürlich jetzt hier, was wir jetzt gerade gesehen haben. Ja, die Festung konnte ich glaube ich nicht zu Ende erobern. Ja, da ist ein Kommandant in Gefahr. Scheiße. Not so good. Ich renne dann mal noch da. Ich sehe da oben. Ja, hier ist eine ganze Menge los. Und Piroma darf natürlich nicht fliehen. So. Ihr müsst drauf gehen. Das ist ganz wichtig. Aber, das ist ein Problem, was ich bei der Mission jetzt hier habe. Weil jetzt bin ich natürlich hier. Und mein Hauptquartier ist ungeschützt, weil Piroma auch nicht im Hauptquartier ist. Aus dem Grund muss ich hier... ...